Einen wunderbaren, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Final Fantasy Gaming, diesmal wirklich Tag 7. Oder diesmal Tag 7, egal. Heute, liebstes Spielepärchen, fällt mir relativ einfach. Man nehme mein Lieblings Final Fantasy Teil und das Pärchen, was drin ist. Ergebnis, Cecil und Rosa. Aber, ich werde nicht so viel über die beiden erklären, weil das meiste waren Story-Spoiler. Und für alle die Fallen, für das sie noch nicht gespielt haben, also Teil 4. Holt nach, informiert euch, oder spielt einfach aus ein schönes Spiel. Bis dahin, folge kurze Folge.